Auf dem Weg zur Krippe von Uwe Seidel Ich habe mich auf den Weg gemacht. Wie einer der drei Weisen suchte ich nach einem Lichtpunkt am dunklen Himmel. Wie einer der Hoffnungslosen suchte ich nach einem Funken Hoffnung in dieser Welt. Wie einer aus der Verlorenheit suchte ich ein Zuhause bei Gott. Ich suchte Gott bei den Menschen und fand einen Blick, der mich verstand. Und fand eine Hand, die mich suchte. Und fand einen Arm, der mich umfasste. Und fand einen Mund, der zu mir Ja sagte. Ich fand Gott nach langem Suchen. Nicht mächtig, nicht prächtig, sehr bescheiden. Alltäglich, als Kind in der Krippe. Nackt, frierend, hilflos, mit einem Lächeln durch die Zeiten. Das erreichte mich in meinen Dunkelheiten. Gott fing ganz klein an, auch bei mir. Ich danke ganz herzlich an dieser Stelle schon allen, die den Adventskalender in diesem Jahr mitgestaltet haben. Ich danke auch ganz herzlich allen, die ich nicht mehr berücksichtigen konnte und die gerne mitgemacht hätten. Und ich freue mich auf noch zwei musikalische Adventstürchen morgen und am 24.12. Ich wünsche Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und kommen Sie gut ins neue Jahr. Ihr Pfarrer Axel Neudorf Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!